Was muss man tun, um 50 Jahre Innovationsführer zu sein? Mit über 150 Patentfamilien, über 180 Millionen verkauften Kochflächen weltweit, Fabriken in Deutschland, den Vereinigten Staaten und China, ist Schotzeran die Nummer 1 Marke der Glaskeramik. Seit 1971. Ununterbrochen. Und ich sage immer, die einfachste Sache, Qualität zu halten, ist, indem wir versuchen, Qualität zu produzieren. Neue Lösungen, neue Beschichtungen, neue Farben, neue Glasarten. Und dann gilt es, die Dinge in der Produktion oder in die Produktion zu überführen. Es gibt sehr viele Stellschrauben an so einem Fertigungsprozess. Und diese Stellschrauben vom Schmelzen über die Formgebung bis zur Qualitätskontrolle, die muss man beherrschen. Wichtig ist das Hand-in-Hand-Arbeiten, dass wir zusammen wirklich einen 24-7-Betrieb die ganze Sache rund bekommen. Die Position, hier macht mir am meisten Spaß, direkt an der Basis zu sein, direkt an den Mitarbeitern zu sein und einfach dann das fertige Ergebnis in der Hand zu halten. So schaffen wir große Stückzahlen bei steigender Komplexität und Artikelvielfalt. Schneiden, bohren, die Kanten schleifen und weiter veredeln. Das Dekor wird aufgebracht. Immer mit unserem Logo. Immer wieder prüfen und kontrollieren. Bis zur Keramisierung bei 900 Grad im Ofen. Wo aus Glas, Glas-Keramik wird. Mit jedem einzelnen Schritt produzieren wir Qualität. Exakt messbar nach festgelegten Normen. Vor allem für die mechanische Festigkeit, auch chemische und thermische Beständigkeit, da übererfüllen wir die Normen. Und unsere Festigkeit bleibt. Qualität ist bei uns eben sehr groß geschrieben. Aber das Gute bei Schott ist, dass man halt eben für die Teilfragen auch immer Fachleute findet und Experten findet, die man dazu rufen kann. Die Glas- oder Glas-Keramik-Entwicklung ist ein ganz spezielles Know-how. Weltweit gibt es nicht viele Firmen, die neue Gläser entwickeln. Als Partner unserer Kunden sind wir natürlich aufgeschlossen für jede Art von Ideen, die unsere Kunden mitbringen. Und versuchen die am Ende dann auch im Endeffekt umzusetzen. Also Innovation und damit auch Forschung ist für Schott Bestandteil seiner DNA. Und deshalb können sich die Hausgerätehersteller weltweit seit über 50 Jahren auf uns verlassen. Wir finden Lösungen. Wir produzieren Qualität. Wir liefern Qualität. Zuverlässig. Jeden gewünschten Artikel zur exakt festgelegten Zeit. Weltweit. Dementsprechend versuchen wir natürlich auch die Kundenbedürfnisse einzugehen. Und es ist keine Seltenheit, dass wir auch Ware, die direkt aus der Produktion kommen, noch am gleichen Tag verladen. Das treibt uns an, gemeinsam mit unseren Kunden Innovation auf den Markt zu bringen. Wir waren die Ersten, die herausgefunden haben, wie man schwarze Glaskeramik ohne die giftigen Schwermetalle Arsen und Antimon läutert. Wir waren die Ersten, die eine kratzresistente Beschichtung für Kochfelder entwickelt haben. Und heute machen wir mit hellem, klar konturiertem Licht das Kochen smarter, intuitiver und schöner. Forschung und Entwicklung haben uns zu Pionieren gemacht. Durch Qualität, Zuverlässigkeit und Kundennähe sind wir erfolgreich geworden. Schott Zerran. Excitement on top.